Herzlich Willkommen zur 33. Folge von The Surge gegen die göttliche Helder Gegen deren wir schon so viel Spaß schon hatten Ich weiß gar nicht ob sie überhaupt eine Sprachstelle hat Ich habe mittlerweile kein Ausdruck mehr Aua Bis jetzt der einfachste Boss Bezeichnung bleibt bis jetzt WTF Natürlich muss ich jetzt auch noch Feuerschaden bekommen Natürlich Ich habe jetzt sehr oft damit Du hast die göttliche Helder besiegt So Rückzug Das ist dein Befehl Rückzug Negativ Sir Wir müssen hier die Stellung halten Das ist unsere einzige Chance Okay Ein Checkpoint wäre mal langsam nicht wieder schlecht Aber erstmal Gebietwechsel Neubereich Die Helene Mensch Die gute alte Helene Das war jetzt ein einfacher Boss Das sie andauernd noch die gleiche Fähigkeiten genutzt hat Die große Mauer It's time It's time to shine Das ist hier Fanatik am Anmarsch Wiederhole Fanatik am Anmarsch Oh Fah Nein Diese verdammten Wahnsinnigen sind überall Die Geräte Ausbeben Zurück nach oben Sofort Fah Sieger Eli Okay, mal verabschiedet du. Kannst du mal die Logger nehmen? Ellie ist mit dem Traum. What the fuck? Ach man, ey. So groß? Ich hoffe, wir müssen nicht dagegen kämpfen. Aber naja. Nicht zu früh freuen. Upgraden. Können wir da denn nichts? Dann verpassen wir ganz normal unsere Rüstung einfach. Ich meine, mehr Rüstung schaltet nie. Für Giftresistenz. Oh nein, hörte. Ich würde noch leveln. Geht nicht mehr. Wenn ich tatsächlich eins noch in den Akkus setze, eins in Rüstung. Ah. Fertig! Du hast überhaupt was gegen das noch nicht mehr今回 gehen. Du hast nicht die. Du hast auf den Akkus nicht vergessen. Beide ich auch nicht mehr für den Akkus. Ich nehme mir einen Frag zu schmerzen. Du hast hier. Ich bin mir draußen. Du hast viel in die Akkus. Du hast mich nicht mehr. Aber du hast du. Oha, beruhig dich, du. Bam. Ich geh mit deinem Bein. Dann brauchst du nicht mehr. Kurz hier. Es ist dunkel hier. So, schlachten wir uns durch die letzten Meter. Ne. Immer höher und höher. Oh. Was sagst du, ey. Chill. Sonst haust du mich noch mit drunter. Ah, da rüber. Müssen wir uns wirklich langballer überangstieren. Ah, da rüber drin. Ah, da rüber drin. Ah. Neue Zeit, Alter. Ah, da rüber drin. Können sie dem Ganzen schon mal Uah Na Gott, ich kann sie mich Hüfte bedäppert, oder was? Äh 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 Doch nicht Aua Aua Ja Okay, wir werden auf der Mauer wahrscheinlich erstmal nur sehr viel rumlaufen Bekunden, was es hier so gibt Es ist trotzdem so dunkel gefühlt ist Bis wenn wir die Kamera anhaben Was tun wir uns tun Man Äh 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 Ich hatte keine Chance Ich hatte keine Chance Ich kam nicht aus dieser Ecke raus mehr Habt ihr das gesehen? Boah Geht man die gleiche Attacken sparen müssen, ey Das Beste bei solchen Videospielen immer Aber Ich stehe so hilflos da und kann es nichts machen Kämpfe nicht nochmal gegen euch Das könnt ihr vergessen Einmal recht komplett Alter Geht's gar nicht weiter Ich büsse mich da mit da hinten rein, ja Genau, das kommt mir sofort vor, jetzt müssen wir da hinten rein Ach komm, ich seile mich da hinten Ich hab keine Lust auf dieser Drecks Mauer zu sein, ehrlich Es brennt mir Kopfschmerzen, sowas Die Mauer haben sie halt auch nur mit Gegnern zugeklatscht, die einfach die höchste Range haben gefühlt, ey Ich glaube ein Wandel Aber ehrlich Das komische Untergrundsviecher Nur Fernkampfschützen überall Ich bin ja sicherlich zu, 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 weil es ist Na, 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 na Ähm Moment Ahh Da Doch, das ist ein Shortcut Ach Mann Was mach mal Jetzt entschuldigt ein Shotgun Shot Oh, das ist ein Shotgun Er nimmt die Haube und kämpft von meiner Scheiße Ich kann ihn nicht länger zurückhalten Ja, ja, ja Chill Hier ist was versteckt Hier drin Oh, ein Shortcut Gott sei Dank Sparen wir uns schon mal einen guten Weg Oh, da liegt es immer noch was Ich finde es ein echt weiter Weg nach oben So ist es ja nicht Alter, dass er mich trifft, das ist so lächerlich einfach Dass er mich nirgendwo treffen kann Schuss 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 Doch Schuss Oh mein Gott, ist das? Oh mein Gott, ist das? So, das ist das Falsche. Weil ich nicht auch eine Tür, die ich öffnen konnte. Hey, ein kleiner Shotcut. Klein, aber fein. Hier ist nur Leben. Es kommt hier noch ein Bosskampf auf dieser scheiß Mauer, Alter. Da wird er mich sicherlich ein paar Mal unterstoßen. Jaaaa... Interessant. Ah, komm wieder auf. Komm runter. Krass. Ja, kommst du jetzt runter? Oh, da ist was runtergefallen, ne? Nein. Wir haben auch wieder ein komplett neues Rüstungsset, ne? Jaaaa... Dann würde ich sagen, sieben uns zunächst. Ich hoffe es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen. Dann... Dann...